Ich weiß nicht, ob das an Herrn Händl dann so fällt, wenn man wirklich ein Fischerhaus klappt. Überall in unserem Leben, heutzutage, pressiert es eben. Und wahrhaft, wohin wir sehen, soll alles noch viel schneller gehen. So ist es auch beim Bau von heute. Da soll so ein Wohngebäude bei dem Jagen gegenwärtig in drei Tagen fix und fertig für den Bauherrn sauber schön einfach zur Verfügung stehen. Soll ein solches Werk gelingen, muss man das Haus zum Bauplatz bringen. Vorgeplant, geprojektiert, ja schon fertig fabriziert. Dass man dann in kleiner Weile die bestimmten Einzelkeile eins, zwei, drei zusammensteckt und im Nu ist das Haus perfekt. Dementsprechend, nicht vergessen, sei der Richtspruch kurzbemessen. Der aus Glas, der Spruch ist aus, den Scherben bringt mich dem Haus. Prost. Also ich denke, ein Glas können wir auch opfern. Das ist ein Druck. Das klatscht man auch. Hey Papadati. Mal hau die Bauherrn eigentlich in den letzten Nagel ein. Ich glaube, sie geht ab. Und sie geht draußen weg. Ja, ich schau. Ich muss doch Bauherrn in den letzten Nagel ein. Angegen Sie auf die Betracht, das ist die Jöhler schicken können. Das ist die Jöhler schicken können. Ja, das ist die kleine Jöhler schicken. Das ist die 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 Jöhler schicken.